Na, der schmeckt mir. Direkt, direkt einmal auf mich geschossen schon. Echt? Von hier hin bis dahinter? Jetzt mich doch verkackeiern. Dann verabschiede ich mich schonmal, ich wäre gleich im Dreck liegen. Nix da. Naja, wirst du sehen. Umgebaut. Dass nicht mal meine Mutter mich wiedererkennt. Ich bin ja hinterm Auto erstmal. Alter. Ich renne weiter Richtung Wand. Ich höre sie, ich höre sie. Oh, er hat dich schon wieder gesehen. Er schließt das sofort. Alter, macht das Ding einen Rabatz. Sehr laut, also. Der will's wissen. Wo sitzen? Hast du ihn gesehen? Boah. Er hat mir direkt den eingeschenkt. Peter Amroth. Alter. Der ist doch nicht normal, der Typ. Von wo soll ich denn schießen? Ich sehe ihn nicht mal, Alter. Nee, eben. Das muss noch einer unten sein. Ich glaube auch. Hat er jetzt auf mich geschossen? Aber ich kann ja nicht hoch gucken. Dann ist die Rübe weg. Oh, jetzt wurde es schwarz bei mir. Alter, jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt wurde es schwarz. Naja, weißt du, so Schuss, 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 Schussgefühle. Ich weiß nicht, wie man das nennt, was das ist. Schreck oder was? Wo willst du denn aber hier hin? Doch, warte mal. Wir müssen... Geh mal hier rein. Irgendwer kwiegt schon wieder. Ja, das ist der oben. Sicher? Da sitzen dann... Naja. Aber ich sehe nicht, dass der Baum davor... Nee, wir müssen pushen irgendwie. Lass uns... Wir müssen zurück da hier den kleinen Felsen hoch. Und dann hinterm Zaun lang, Alter. Das wird ja nichts. Das ist Wasser. Todeskommando, Alter. Vorne lang? Nein. Liegt ja schon immer ein toter Schiff rum? Weißt du nicht? Nee, glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Leck mich doch... Sag jetzt, das ist der Skeff gewesen, Alter. Hat der dich geholt? Mich... Komm, Alter. Ich hab die faxen dicke... Das ist... Komm, halt's Maul, Alter. Komm, leck mich doch am... An meinem... Fett triefenden Arsch, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Hat der mich dort geholt? Mit einem Schuss. Bam. Weg. Weg. Oh... Wo willst ich denn abrieren? Headshot, Alter. Komm, Alter. Leck mich. Ach, sehen du ist erstmal so weit nix. Nee. Da stapft einer auf Holz. Brennst du? Nee, nee. Wer ist gestorben? Ja, irgendeiner hat vom Dings hinten geschossen. Am Exit. Warte, pscht. Ab ihn. Sehr schön. Aber unten war noch einer in der Hütte drin. Ja, da ist auch grad noch was gerannt. Aber ich weiß nicht wohin. Und von wo? Hier auf unserer Seite oder drüben? Ich glaub das war drüben. Ich glaub das war drüben. Ich hab auf alle Fälle vorhin noch Steps gehört in so nem Häuschen da drüben. Du kommst da ja wieder grad zurück. Mhm. Du kommst da ja wieder grad zurück. Was war der Mosin, Mann? Brauchst du denn noch ne Mosin? Nee, grad nicht. Ist da an der Leiche dran, oder? Mhm. Schade, PS Munition hat er nicht. Guck mal, ich guck mal, ob ich jetzt reingucken kann in die Hütte irgendwie. Torschi, grüß dich! Oh, da springt was? Danke, wünsch ich euch auch. Wünsch ich euch auch. Rutscht gut rein, feiert schön. Hier drüben war noch Wasser. Hast du's gehört? Hast du's auch gehört? Nee, nee. Eben nicht. Aber ich war halt auch grad weiter unten wie du. Mhm. Gotti, seid ihr schon am Feiern? Na, ich guck jetzt mal rum. Vielleicht geh ich sogar da rüber. Oh, ich guck jetzt mal. Und ich guck mal. Mit hau. Und jetzt gibt's mal Blut. Alter, das strengt schon ganz schön an, so bei den Sichtverhältnissen. Seh dich da oben? Ich bin hier ganz da, wo es hier zum Spannzeug geht. Ja, ja, ich seh dich. Gemütlich mit der Familie und Raclette, okay? Hier unten muss der Ereignis noch, da liegt noch einer, okay? Der übliche Wahn in unserem Alter. Bei mir gibt es gerade... Der ist Untertier, der ist Untertier, der ist Untertier. Hitte ihn. Ich hänge. Ach, das kann jetzt nicht sein, Alter, mach keinen Mist. Der war direkt Untertier. Ja, den musst du auch steppen hören, also wenn er jetzt losrennt. Ja, ja, ich höre. Ich schmeiß mal eine Nate in seine Richtung. Oh! ich bin tot du hattest den vorteil auf seiner seite aber du hast die schüsse von ihm gehört was war da los ich habe ihn aber nicht gesehen das war das problem da war ein baum davor so und jetzt hat er natürlich die granate ausgenutzt und hat mich quasi umlaufen da so oben auf dem felsen ok vielleicht sehe ich ihn ja wenn er dich ludet du warst auf dem felsen oder du hast halt genau die büschel da vorne obwohl so müsste es eigentlich gehen war ziemlich weit rechts da ungefähr muss ich eigentlich herumgegeln das kann aber auch sein dass er erst noch auf nummer sicher gehen will das ist ja dann ja so Ich höre nichts, ich sehe nichts. Gotti, ich danke dir. Viel Spaß, feiert schön. Schöne Grüße an die Familie. Danke fürs Reinschauen und guten Rutsch wünschen. Danke dir. 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 Danke dir.